Am Sonntag sind Kommunalwahlen. Wir Freien Wähler setzen uns ja unter anderem für das Radiomuseum ein. Möchten Sie uns da vielleicht was zu sagen? Ja, ich bin vom Verein Radderberg und Tal und wir würden sehr begrüßen, wenn das Radiomuseum entstehen würde. Es ist nicht nur architektonisch ein wunderschöner Platz, sondern bietet ganz neue Möglichkeiten, um die Bürger von Radderberg und Raddertal vielleicht zusammenzubringen und schöne neue Perspektiven zu bieten. Prima!